dann jeweils die Hälfte der Fragen aus dem A- und aus dem B-Teil. Die Idee besteht, oder die Idee ist, dass man Social Media als Forschungsgegenstand natürlich unter sehr unterschiedlichen Gesichtswinkeln betrachten kann. Im A-Teil geht es eher um die praktischen Aspekte, im B-Teil um die soziologischen und auch wissenschaftlichen Implikationen. Aus diesen beiden Dingen sollte sich für Sie im Idealfall ein Gesamtbild ergeben, dass es Ihnen dann auch ermöglicht, Social Media-Aktivitäten im Lauf Ihres späteren Lebens zu planen und auch strategisch zu bewerten. Das ist so die Grundidee der Vorlesung. Und ja, wir werden uns heute, dazu komme ich später nochmal gleich, mit der Geschichte und mit der frühen Geschichte und mit der neuesten Geschichte von Social Media beschäftigen, mit den unterschiedlichen Plattformen. Zuerst noch eine organisatorische Anmerkung. Sie wissen vermutlich, wir sind aus universitätsrechtlichen Gründen verpflichtet, für Vorlesungen eine Prüfung am Ende des Semesters anzubieten. Wie gesagt, die Hälfte der Fragen aus A, die Hälfte der Fragen aus B. Es handelt sich um eine Multiple-Choice-Prüfung. Prüfungsstoff ist alles, was im Moodle dokumentiert wird. Sie bekommen die Aufzeichnungen der Vorlesungen jeweils am selben oder spätestens am nächsten Tag zur Verfügung gestellt und auch eine Textzusammenfassung. Sie kennen das sicherlich aus anderen Prüfungen. Bei Multiple-Choice-Fragen ist es gar nicht so leicht, den richtigen Level zu treffen. Ich persönlich bin überhaupt kein Fan des Erinnerns oder Merkens von Faktenwissen. Das kennen wir vermutlich alle aus unserer Schulzeit. Man lernt auf den Geschichte- oder Geografietest oder was auch immer, lernt durch Wiederholung und merkt sich dann ein paar Zahlen, die man mindestens genauso schnell wieder vergisst. Sie werden bei der Prüfung keine Zahlen, Daten, Fakten kennen müssen. Natürlich, gerade auch heute, wenn wir über Geschichte von Social Media sprechen, werde ich Ihnen einige Gründungsjahre und so weiter nennen. Das ist nicht relevant. Wir bemühen uns, Verständnisfragen zu stellen, wo es eben wirklich darum geht, dass Sie die Zusammenhänge begreifen. Ja, es gibt die Prüfung. Die schaut so aus, dass Sie insgesamt 100 Punkte erreichen können. Für einen positiven Abschluss der Vorlesung brauchen Sie mindestens 51 Punkte. Um Ihnen den Prüfungsantritt ein wenig zu erleichtern, bieten wir Ihnen freiwillige Übungsarbeiten an. Es ist eben so bei Vorlesungen, Sie dürfen Ihre Note um maximal einen Notengrad verbessern. Das entspricht 10 Punkten bei der Prüfung. Das heißt, Sie bekommen von mir zwei Übungsaufgaben, vom Wolfgang zwei Übungsaufgaben. Die werden wir Ihnen jeweils im Moodle bereitstellen. Die erste kriegen Sie von mir nächste Woche. Das sind recht überschaubare Dinge, die sollten in recht kurzer Zeit lösbar sein. Und für das Hochladen jeder Aufgabe, die werden nicht einzeln beurteilt, sondern wir schauen uns nur an, ob Sie die entsprechenden Anforderungen erfüllen, bekommen Sie jeweils 2,5 Punkte. Also 5 Punkte im A-Teil, 5 Punkte im B-Teil. Wenn Sie alle Übungsaufgaben hochladen, dann bedeutet das einen Punktevorsprung von 10 Punkten. Sollten Sie ohnehin ein sehr gut schreiben, wird Ihnen das nicht viel bringen. Ansonsten würde es Ihr Prüfungsergebnis eben um einen Notengrad verbessern. Ich werde mich auch bemühen, Ihnen Übungsaufgaben zu stellen, die ein paar andere Aspekte unseres Themas beleuchten. Das hat sich erfahrungsgemäß in den letzten Semestern sehr bewährt. Ja, damit ein kurzer Blick auf die Thematik, auf das, was uns im Lauf dieses Semesters erwartet. Sie finden die Informationen zu den einzelnen Einheiten im Moodle. Und ich habe jetzt mal für die ersten fünf Termine eingetragen. Wir sehen uns am 9.11. im Hörsaal, aber keine Sorge, auch bei den Hörsaalterminen werden wir die Vorlesung aufzeichnen, sodass Sie in jedem Fall das gesamte Programm in Moodle finden. Für die zweite Hälfte der Vorlesung bin ich noch am Koordinieren mit zwei potenziellen Gastvortragenden. Die sind allerdings sehr eingeteilt. Da erfahre ich erst im Lauf der Woche, wann die Gastvorträge stattfinden werden. Zum Programm der Vorlesung, wie bereits angekündigt, wir beschäftigen uns heute mit Social Media Grundlagen, beziehungsweise mit der historischen Entwicklung dieses Medienformats, dieser Technologie oder Infrastruktur, wie immer wir das nennen möchten. In der nächsten Einheit geht es dann um Social Media Morphologie, Morphologie die Lehre der Erscheinungsweisen. Es ist ja tatsächlich so, wenn wir uns die großen populären Plattformen ansehen, da gibt es nicht ein Definitionskriterium. Wir unterscheiden sich auch sehr stark. Denken Sie beispielsweise an TikTok. Da sehen wir ausschließlich Videos. Ein beträchtlicher Teil davon zeigt rhythmische Bewegungen von begabten Tänzerinnen und Tänzern. Auf der anderen Seite Twitter, kürzlich von Elon Musk übernommen. Und die Änderungen, die der Tesla-Besitzer mittlerweile an der Plattform vorgenommen hat, die stoßen eigentlich bei so gut wie gar keinen Nutzerinnen auf Gegenliebe. Aber wenn man sich diese beiden Beispiele ansieht, TikTok, eine Videoplattform, die vorwiegend am Smartphone genutzt wird. Twitter, so 60-40 Nutzung. TikTok nutzt einen Algorithmus, der sehr kurzfristig reagiert. Das heißt, wenn Sie auf ein paar Kochvideos reagieren, reagieren kann bedeuten, dass Sie das Video explizit liken oder dass Sie es sich auch nur bis zum Ende anschauen, dann wird Ihnen der Algorithmus sehr schnell ähnliche Informationen liefern. Der passt sich fast in Echtzeit an unsere momentanen Präferenzen an. Auf der anderen Seite Twitter, eine Social Media Plattform, die ohne Algorithmus auskommt, zumindest was die organische Verbreitung betrifft. Das heißt, Sie abonnieren eben bestimmte Accounts und bekommen dann deren Inhalte angezeigt. Beiden Plattformen haben auf den ersten Blick relativ wenig miteinander zu tun. Es gibt ein Definitionssystem, kann man sagen, dass Social Media Plattformen mehrere Eigenschaften zuschreibt oder mehrere typische Eigenschaften. Nicht alle dieser Plattformen oder Services verfügen über alle diese Eigenschaften. Wir werden uns kurz gesagt in dieser Einheit mit dem Thema befassen, was sind eigentlich Social Media Plattformen, was unterscheidet sie von anderen digitalen oder überhaupt von anderen Medien. In der dritten Einheit am 9.11. dann im Hörsaal im UZA. Kleiner Tipp, schauen Sie sich vorher den Plan an. Das UZA, wenn Sie noch nie da waren, ist ein ziemliches Labyrinth. Am einfachsten vom Eingang Spittelau und dann immer gerade durch das Gebäude bis zu unserem Hörsaal. Da geht es dann noch weiter mit Definitionen und wir werfen einen genaueren Blick auf die aktuellen Zahlen und den Status Quo der wichtigsten Plattformen. Datenschutz bzw. die DSGVO, Datenschutzgrundverordnung oder GDPR auf Englisch, General Data Protection Regulation, ist ein Thema, das selbstverständlich nicht nur Social Media betrifft. Mit der Schaffung dieses Gesetzeswerks hat sich die Europäische Union dazu entschieden, dem Datenschutz legal, nicht auf derselben Ebene, aber ich sage mal ideologisch, den Status eines Menschenrechts einzuräumen und das betrifft grundsätzlich mal jede Form der Speicherung von Daten. Selbst wenn Sie zu Hause einen Zettelkasten mit den Adressen Ihrer Kundinnen pflegen, fällt der genauso unter die DSGVO. Die regelt eigentlich sämtliche Bereiche des Umgangs mit persönlichen Daten, die im geschäftlichen Bereich stattfinden. Ausgenommen von der DSGVO ist der private Bereich, aber natürlich war der starke Aufschwung oder war die Popularität von Social Media ein ganz beträchtlicher Grund, warum die Europäische Union sich zu diesem relativ strikten Gesetzeswerk entschlossen hat. Man könnte sagen, eine der Hauptgruppen, auf die die DSGVO abzielt, sind eben die Anbieter großer Social Media Plattformen oder etwas allgemeiner gesagt, die großen Anbieter von Online Services. Hier haben wir ja zusätzlich die Situation, dass so gut wie alle, mit Ausnahme des aus China stammenden TikTok, dass alle dieser Plattformen ihre Heimat in den USA haben, im Wesentlichen auch der dortigen Gesetzgebung unterliegen. Und da wollte die Europäische Union sozusagen ein strengeres Regelwerk für den europäischen Markt schaffen. Das hat auch ganz konkrete Auswirkungen. Freds, Metas, kürzlich gelaunchte Twitter-Alternative, hatte einen etwas holprigen Start. In Europa war zeitweise nicht verfügbar, unter anderem auch bedingt durch hierzulande geltende stärkere Datenschutzgesetze. Am 30.11. beschäftigen wir uns mit dem Thema Social Media Advertising. Es gibt auf allen Social Media Plattformen grundsätzlich zwei Verbreitungswege für Inhalte. Das eine ist die organische Verbreitung, also jene Distribution von Inhalten, die über die Algorithmen der einzelnen Plattformen gesteuert wird. In der Hinsicht ist Twitter tatsächlich die Ausnahme. Alle anderen Social Media Plattformen nutzen einen Algorithmus, dessen Aufgabe im Wesentlichen darin besteht, möglichst personalisierte Inhalte anzuzeigen. Das heißt, unsere Newsfeeds so zu gestalten, dass wir möglichst viel Zeit auf dieser Plattform verbringen. Seien es jetzt Google Shorts oder TikTok-Videos oder Instagram-Stories oder Beiträge. Dieser Zeitraum, den wir auf diesen Plattformen verbringen, Sie wissen ja, die Social Media Services sind mit wenigen Ausnahmen, abgesehen durch die Bank, kostenlos verfügbar. Das heißt, monetarisiert werden die über diese Zeit, die wir dort verbringen, beziehungsweise über die Werbung, die uns in diesen Zeiträumen angezeigt wird. Neben der organischen Verbreitung gibt es also auch die diversen Werbemanager, die es Unternehmen, aber auch Privatpersonen tendenziell ermöglichen, ihre Werbebotschaften in Form von Fotos, Videos, Dokumenten einer Zielgruppe anzuzeigen. Und diese Zielgruppe lässt sich eben wiederum definieren, anhand jener Daten, die die Social Media Plattformen über die einzelnen Nutzer kennen. In der darauffolgenden Einheit im Dezember am 7.12. beschäftigen wir uns mit einem Thema, das mir besonders wichtig ist, nämlich LinkedIn für Studierende. Ich werde mich dann gleich noch vorstellen, meine Hauptbetätigungsspielwiese, meine Hauptspielwiese ist LinkedIn. Und ich weiß auch aus den vorigen Semestern, aus den vorigen Jahren, dass die Plattform nur teilweise populär ist unter Studierenden. Viele von Ihnen denken sich vermutlich, wenn ich dann mal mein Studium abgeschlossen habe, wenn ich beginne, mich auf Jobsuche zu machen, dann macht es Sinn, mich um ein LinkedIn-Profil zu kümmern. Very much not so. Tatsächlich können Sie sich Ihre spätere Jobsuche, aber genauso auch eine mögliche Selbstständigkeit, falls Sie eher in diese Richtung tendieren, wesentlich erleichtern, wenn Sie rechtzeitig beginnen, sich zu positionieren, an Ihrem Personal Brand zu arbeiten und Ihre eigene professionelle Geschichte zu erzählen. Wie das funktioniert, möchte ich Ihnen zeigen, weil ich denke, da ist sehr viel Potenzial, gerade für Studierende. Am 14.12. oder am 11.1., da sind wir gerade noch am Organisieren, gibt es einen Gastvortrag zum Thema Digital Storytelling. Wir haben eine Einheit zum Thema Livestreaming und Influencer-Marketing. Influencer-Marketing tritt ja 2023 in mehreren Formen auf. Da gibt es die Makro- und Mikro-Influencer. Es gibt Unternehmen, die mit Betreibern populärer Social-Media-Channels kooperieren. Klassiker Lifestyle-Werbung auf Instagram. Jemand mit sehr vielen FollowerInnen zeigt die Nutzung ihrer Produkte vor, Feature diese Produkte, Unternehmen bezahlen dafür. Das hat natürlich ganz viel mit der Art und Weise zu tun, wie wir 2023 unsere Entscheidungen treffen. Influencer oder Personen, die für uns selber wichtig sind, spielen da eine zunehmend größere Rolle im Vergleich zu Marken. Eine zweite Variante des Influencer-Marketings, vor allem im Unternehmensbereich, besteht darin, dass man nicht mit externen KanalbetreiberInnen zusammenarbeitet, sondern die eigenen MitarbeiterInnen versucht, zu Botschaftern des Unternehmens zu machen. Auch ein sehr, sehr interessanter Bereich. In der letzten Einheit befassen wir uns mit einem neuen Thema. Ich nehme mal an, nachdem Sie sich gerade in Ihrem Studium befinden, werden Sie alle bereits mehr oder weniger umfassende Erfahrungen mit AI-Tools gesammelt haben. Das bekannteste und prominente ist sicherlich Jet, GPT. Ein sehr, ich sage mal, relevanter Querschnittsbereich, der sehr viele Aspekte unseres Bildungs- und Berufslebens und auch Privatlebens betreffen wird. Die Entwicklung von Social Media verlief sehr rasant. Wir kommen heute gleich später dazu, beim geschichtlichen Teil. Auf der anderen Seite erscheint einem rückblickend die Geschwindigkeit, geradezu nach Schneckentempo, wenn wir uns anschauen, was in den letzten zwölf Monaten so im Bereich AI passiert ist. Die Vorstellung, dass irgendwann unter Anführungszeichen intelligente Computer oder intelligente Scripts, schwierig das Wort zu verwenden, weil wir selber ja noch nicht genau wissen, was Intelligenz ist und auch nur einzelne Teilaspekte messen können, aber dass zumindest, sagen wir, Interface-Systeme Aufgaben lösen können, die sehr komplex sind, ohne dass wir diese Aufgaben vorher in Algorithmen oder in Computerprogramme übersetzen müssen. Diese Vorstellung geistert ja schon so lange durch die Literatur rum, wie es Science-Fiction gibt. Denken Sie nur mal an Star Trek, die Geräte zur medizinischen Ferndiagnose, aber auch die Computerinterfaces. In zahllosen Science-Fiction-Filmen und Büchern unterhalten sich die Personen mit Computern. Sie geben dazu keine spezifischen Befehle ein. Sie benutzen natürliche Sprache und bekommen dann den entsprechenden Output zurück. Chat-GPT bzw. die Services von OpenAI gehen genau in diese Richtung. Sie kommunizieren ihre Aufgabenstellung in weitgehend natürlicher Sprache an diese Systeme. Im Hintergrund stehen sogenannte LLMs, Large Language Models. Also diese Computerprogramme, diese Scripts, diese AI-Tools sind in der Lage, den Sinngehalt dessen, was sie kommunizieren, zu entnehmen und basierend daraufhin, ihnen die hoffentlich gewünschten Informationen zurückzuliefern. Das ist genau wie die DSGVO, selbstverständlich kein Bereich, der ausschließlich Social Media betrifft, aber die Nutzung von AI-Tools in der Erstellung von Social Media Inhalten, in der Content-Recherche, und da spreche ich jetzt nicht nur von Text, sondern auch von generativen Bildern, die spielt natürlich eine immer größere Rolle. Wie diese Verfügbarkeit von AI-Tools Social Media in Zukunft verändern könnte oder bereits verändert, wird das Thema unserer letzten Einheit werden. Da werden wir auch einen Blick werfen auf einige der mittlerweile sehr populären virtuellen Influencerinnen, sind Ihnen vermutlich auch bereits begegnet. Es gibt ja mittlerweile einige Charaktere, virtuelle Charaktere, die sehr erfolgreich TikTok- bzw. Instagram-Accounts betreiben, ein Millionen-Follower-Publikum haben und eben als virtuelle Avatare auftreten. Ich kann mich lebhaft daran erinnern, es gibt den Heise Verlag, die deutsche Computerzeitschrift CT, ein sehr populäres Computermagazin und die hatten, kann mich ans Jahr nicht mehr erinnern, ich glaube das war 2003, 2004 so einen Dreh rum, die hatten in ihrer April-Ausgabe immer einen Scherz. Der April-Scherz in dieser Ausgabe lautete, dass ein Startup einen neuen Video-Codec erfunden habe. Das war übrigens genau die Zeit, als illegale Downloads von Filmen sehr explodiert sind im Internet und als die Frage sozusagen, wie kann ich Video möglichst klein komprimieren, war eher noch die Frage nach der Dateigröße als nach der Auflösung, langsam als Internet und so weiter. Also wie kann ich Videos möglichst klein kopieren. Und dieser April-Scherz bestand darin, dass dieser neue Video-Codec Videos besonders klein komprimieren könne, da er sozusagen das Set von den Akteuren trennt. Mit anderen Worten, sie würden dann Terminator runterladen und Arnold Schwarzenegger extra und man muss dann nun mal jeweils die Daten des Schauspielers sozusagen in den Film einfügen. Das war damals technischer Schwachsinn, sind trotzdem einige Leute drauf reingefallen, aber mittlerweile und ich weiß nicht mal, ob es volle 20 Jahre später sind, haben wir eigentlich die Situation, wo uns diese Tools erlauben, auch Video-Generierungstools basierend auf Stimmvorlagen, Stimmsamples, auf Aufnahmen, Fake-Videos zu produzieren, Fake-Inhalte zu produzieren, die zumindest mit High-End-Systemen erstellt, nur mehr von sehr geschulten Nutzern, wenn überhaupt erkannt werden können. Das hat alles auch ganz konkrete Auswirkungen auf unser politisches Handeln, auf die Gesellschaft, auf die Medien. Denken Sie nur an den Wiener Bürgermeister, der ja auch Opfer sozusagen eines falschen Klitschko wurde. Also das Thema Fake-News, Fake-Inhalte wird sicherlich nicht einfacher, durch diese Menge an automatisiert oder automatisch erstellten Inhalten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch sagen, dass diese Tools gravierende Arbeitserleichterungen sein können. Soviel also zum, wie soll ich es nennen, Setup oder weiteren Weg unserer Vorlesung. Und bevor wir uns jetzt in Medias-Res oder besser gesagt in Social-Medias-Res stürzen, eine kurze Vorstellung zu meiner Person. Was schafft mir die Ehre, hier heute gemeinsam diesen Vormittag mit Ihnen im Stream zu verbringen? Wir sind Kolleginnen, ich habe selber Kommunikationswissenschaft studiert, im vorigen Jahrtausend, 2000 abgeschlossen. Das war damals noch kombinationspflichtig, mein Nebenfach war Politikwissenschaft. Und ich hatte begonnen während des Studiums für die Austria-Presseagentur zu arbeiten, nebenberuflich als Webdesigner. Habe damals gelernt, wie man Webseiten erstellt. Habe dann nach Ende meines Studiums zwei Jahre in einer Agentur gearbeitet, unter anderem für Red Bull und Swarovski und habe mich dann 2002 selbstständig gemacht. 2001 habe ich begonnen, bei uns am Publizistik-Institut zu unterrichten, Übungen, Arbeitstechniken und so weiter. Und seit, ich glaube mittlerweile sechs Jahren, halte ich die Social-Media-Einführungsvorlesung bzw. eben diesen A-Teil. Im Lauf meiner Selbstständigkeit habe ich mich mit unterschiedlichen Aspekten von Social-Media auseinandergesetzt. 2002 gab es zumindest noch keine geschäftlich relevanten Social-Media-Plattformen in der Form. Da war ich beschäftigt damit, einige der ersten österreichischen Fernseh-Communities mit zu konzipieren. Kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Aber damals dachten die meisten Fernsehsender, sie könnten eine Art Konkurrenzportal zu YouTube hochziehen. Es gab auch die Möglichkeit für die Zuseherinnen dort Videos hochzuladen. Das hat eine Zeit lang ganz gut funktioniert. Später dann kam Facebook und damit das Thema, wie erstens sollten Unternehmen überhaupt Social-Media nutzen. Da habe ich auch einige interessante Anekdoten erlebt in dieser Zeit. Speziell im Bereich politischer Organisationen aller Couleur war da die größte Angst. Aber wenn wir jetzt eine Facebook-Seite, darum ging es meistens damals, eine Unternehmenseite einrichten, dann haben wir zwar einen möglicherweise ganz interessanten Kommunikationskanal, aber die Kunden, die können da ja kommentieren und uns auch kritisieren. Da herrschte zu Beginn noch große Angst davor. Ich glaube, da haben sich mittlerweile die meisten Unternehmen daran gewöhnt. Und dann wurde Social-Media immer populärer. Und ich habe vor mittlerweile sieben Jahren, von 2004 bis 2012, habe ich einen Weblog geschrieben, das unter den Top 100 deutschsprachigen Weblogs war. Und es ging in erster Linie um Social-Media und Technologie. Große Überraschung. Und ich habe da auch einige Personen interviewt. Und vor sieben Jahren hat mich damals jemand gefragt, ob ich nicht Lust hätte, den damals zuständigen Head of Data, also sozusagen den Verantwortlichen für das Datenmodell von LinkedIn, zu interviewen, Giovanni Arcello, ein gebürtiger Italiener, der in Rom Informatik studiert hat und sich dann auch habilitiert. Da ging er anschließend zu LinkedIn. Vor sieben Jahren war das Interesse an dieser Plattform in Österreich relativ enden wollen. Ich war der einzige Journalist, der einen Interviewtermin vereinbart hatte. Und wir hatten reichlich Gelegenheit, uns zu unterhalten. Giovanni ist mittlerweile bei TikTok Europe, ist dort der Chief Technical Officer. Dieses Interview, das hat glaube ich so eineinhalb Stunden gedauert, hat mich dann aber auf jeden Fall motiviert, mich ausschließlich auf LinkedIn zu fokussieren. Ich fand das sehr interessant, was die machen. Grundsätzlich auch eine Social Media Plattform, aber eben sehr stark im beruflichen Bereich. Einerseits B2B, das ist ja im Marketing, unterscheidet man zwischen B2C, Business to Consumer und B2B, Business to Business. Sehr stark in diesem Bereich verankert, also überall dort, wo Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen an andere Unternehmen verkaufen. Und natürlich auch im Bereich Personal Branding, Jobsuche und so weiter. Ja und seit sieben Jahren mache ich, wenn ich nicht gerade Vorlesung halte, Workshops in erster Linie für Vertriebs- und oder Kommunikations-Marketing-Teams von internationalen Unternehmen. Restliche Zeit verbringe ich vorzugsweise im Freien. Ja, ich habe zwei Beagle-Terrier, gehe gern ganzjährig schwimmen, auch im kalten Wasser und teile meine Zeit so ein wenig zwischen Garten und Internet auf. Das zu meiner Person, damit sie meinen Background ein wenig besser einordnen können. Eine Anmerkung noch, sozusagen eine Vorwegnahme unserer letzten Einheit zum Thema AI. Und zwar, es gibt relativ neu erschienen einen Guide, publiziert auf der Seite der Universität Wien. Ich werde Ihnen dann den anschließend auch im Moodle bereitstellen. Der heißt KI in Studium und Lehre, ist in Deutsch und Englisch verfügbar. Sehr gut aufbereitete Informationen. Da gibt es zwei Teile. Da geht es um die Definitionsfrage. Was ist künstliche Intelligenz? Welche Tools gibt es? Und ein Thema, das Sie vermutlich auch interessieren wird. Darf ich KI-Tools im Studium verwenden? Der erste Satz sagt so ziemlich alles. Auf diese Frage gibt es offengesagt keine einfache Antwort. Zweiter Satz. Studierende der Informatik bauen selbst zum Beispiel Sprachmodelle und experimentieren damit. Wäre auch ein wenig absurd, wenn man jetzt KI-Tools an der Informatik verbietet. Eines der derzeit sicherlich spannendsten technischen Themen. Wie sieht es mit der Kommunikationswissenschaft aus? Und ja, auch dort ist es so, dass diese Tools für uns natürlich riesen Potenzial bieten. Sei es jetzt für Recherche, im wissenschaftlichen oder auch im Marketingbereich, Textkorrektur, Stilkorrektur. Als Non-Native Speaker, ich veröffentliche meine Beiträge in Englisch und halte auch sehr viele englischsprachige Vorträge, schätze ich mittlerweile die Stil- und Grammatikkorrektur außerordentlich. Die geht natürlich viel weiter als das, was Word beispielsweise anbieten kann. Gerade als Non-Native Speaker hat man, wenn man nicht gerade in einem englischsprachigen Land lebt, im Normalfall einen wesentlich kleineren aktiven Wortschatz. Das ist ein kleiner Vorteil. Auf der anderen Seite meine persönlichen Erfahrungen mit der Erstellung von Inhalten, die sind sehr eindeutig. Einen Prompt einzugeben und dann ein gut funktionierendes, fertiges Instagram- oder LinkedIn-Status-Update rauszubekommen, das funktioniert nicht, da scheinen Menschen doch ein sehr feines Sensorium dafür zu haben. Aber auch ein wichtiger Punkt, natürlich muss bei Prüfungen und wissenschaftlichen Arbeiten klar erkennbar sein, was Sie können und wissen, wir prüfen nicht die KI-Tools. Eigentlich ein ähnliches Thema wie bei Google bisher. Und letztendlich, das geht auch sehr klar aus diesem Guide hervor, ist es unsere Aufgabe, also die Aufgabe von uns Lehrenden, Ihnen sozusagen Rahmenbedingungen für die Nutzung von KI und KI-Tools vorzugeben. Also, das tue ich hiermit sehr gern. Sie werden in dieser Vorlesung keine wissenschaftlichen Arbeiten verfassen. Es gibt die Übungsarbeiten. Sie dürfen und sollen dabei sämtliche AI-KI-Tools Ihrer Wahl in vollem Umfang benutzen. Kleiner Spoiler, bei der ersten Übungsaufgabe werden Sie das sogar müssen. Ich denke, nachdem wir Ihnen die Aufzeichnungen zur Verfügung stellen und auch die Zusammenfassungen, wird es am einfachsten sein, damit zu arbeiten. Aber nebenbei bemerkt, es gibt auch mittlerweile sehr brauchbare Tools, denen Sie ein, egal, 15 Minuten, 60 Minuten, 5 Stunden langes Video geben. Und diese Tools erstellen dann zum einen ein vollständiges Transkript dieses Videos. Das ist nichts Neues. Das hat YouTube auch bisher schon in recht brauchbarer Qualität gemacht. Aber erstellen Ihnen im zweiten Schritt dann auch eine Zusammenfassung, beispielsweise der wichtigsten Bullet Points. Also, wenn Sie mal Informationsrecherche im großen Stil betreiben, kann auch das sehr hilfreich sein. Der zweite Teil dieses Guides beschreibt verschiedene Dimensionen von KI. Es ist eine sehr gute Einführung in die Erstellung, in das Training von KI-Systemen. Muss ich natürlich darüber im Klaren sein. Einer der Gründe, warum ChatGPT oder warum OpenAI so relativ gut funktioniert, besteht ja darin, dass die Betreiberfirma eben OpenAI mit einer sehr großen Datenmenge trainiert. Die aktuelle Version, die Premium-Version ChatGPT 4, das derzeit aktuellste Modell, ist, wenn Sie so wollen, mittlerweile 18 Monate hinten nach, also sämtliche Daten aus dem Internet, mit denen dieses Sprachmodell trainiert wurde, sind je nach Thema mehr oder weniger veraltet. An einem Rezept für Vanillekipferl wird sich relativ wenig geändert haben in den letzten zwei Jahren, was beispielsweise aktuelle Statistiken zur Social-Media-Nutzung angeht. Da kann das schon ganz anders aussehen. Ich habe mir mal den Spaß gemacht vor der Vorlesung und habe ChatGPT auch befragt, mit welchen Themen wir uns befassen sollten. Ich werde Ihnen das gleich zeigen. Aber hier, wie gesagt, ist KI-neutral. Ganz wichtiger Punkt. Ich war vor, was war noch vor den Covid-Lockdowns, vor fünf Jahren, glaube ich, gab es in Wien eine Ausstellung im Markt zum Thema Künstliche Intelligenz. Das waren mehrere Installationen, hat auf sehr spannende Weise verschiedene Aspekte beleuchtet. Eine Installation, die mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, und vielleicht haben Sie das auch aus den Medien mitbekommen, die US-amerikanischen Strafverfolgungsbehörden haben schon relativ früh begonnen, neuronale Netzwerke zu nutzen, um Gesichtserkennung zu trainieren. Die Idee war, es ist auch kein neuer Gedanke, der bislang allerdings jedes Mal in eine drastische Irrgasse, in eine drastische Sackgasse geführt hat. Die haben begonnen, KI-Systeme bzw. Fotoanalyse-Systeme mit Gesichtern von Häftlingen zu trainieren. Sie wissen ja, wenn man in den USA verhaftet wird, das kennen wir aus Krimiserien, dann gibt es immer den schönen Frontal- und Sideshot. Und die wollten sozusagen aus den Eigenschaften dieser Gesichter ableiten, ob man jemandem sein Potenzial für kriminelles Handeln anerkennen kann. Kann man nicht sagen, Psychologie und Physiognomie, die haben das trotzdem probiert. Und die Grundgesamtheit, mit denen das System trainiert wurde, waren eben die angesprochenen MAC-Shots. Und dann hat man Personen analysiert und ist sehr schnell draufgekommen, das war auch der Punkt dieser Installation im MAC, dass dieses System ausgesprochen biased, also fehleranfällig ist. Was es gemacht hat, war, es hat Afroamerikaner mit, ich glaube, 80% höherer, oder sogar 90% höherer Wahrscheinlichkeit als Verbrecher klassifiziert. Das wurde dann umfassend untersucht und, oh, Überraschung, ist man draufgekommen, das liegt wohl daran, dass die Datenbasis sehr verzerrt war. In den USA, besonders in den Großstädten, ist ein überdurchschnittlich hoher Teil der inhaftierten Bevölkerung afroamerikanischen Ursprungs. Und das hat, da gibt es auch sehr viele Untersuchungen dazu, das hat jetzt tatsächlich statistisch, lässt sich das sehr einfach belegen, gar nichts damit zu tun, dass grundsätzlich Afroamerikaner eine stärkere Disposition zu Gewalttaten oder Verbrechen hätten, sondern das ist wohl ein Amalgam aus Faktoren, das ist durch den sozioökonomischen Hintergrund zum Teil bedingt, aber natürlich auch durch strukturellen Rassismus der Polizeiorgane. Und das Interessante an diesem Beispiel ist jetzt, dass das System, das ja an sich, wenn Sie so wollen, ideologiefrei ist, da gab es niemanden, der eine Regel eingegeben hat oder über bestimmte Vorurteile eingeimpft hat, das lernte aufgrund dieser Datenbasis und übernahm dadurch dieses Vorurteil oder diesen Bias. Das ist natürlich ein ganz besonders drastisches Beispiel, passiert aber im ähnlichen Umfang immer dann, wenn LLMs mit frei verfügbaren Daten lernen. Die aktuelle Version, das hat ChatGPT jetzt vor kurzem wieder freigeschalten, kann auch wieder aufs Internet, in dem Fall über Bing zugreifen und die Antworten mit aktuellen statistischen Daten anreichern, aber nichtsdestotrotz lernt das System natürlich von all diesen Artefakten, Texten, die wir so im Internet hinterlassen. Einige qualitativ sehr hochwertige Inhaltsanbieter, beispielsweise die New York Times, sperren den ChatGPT-Bot auch aus ihrer Seite aus, damit er eben nicht auf diese Daten zugreifen kann, aber es bleiben genügend frei verfügbare Daten im Internet übrig. Jetzt können Sie sich vorstellen, zum einen gibt es große kulturelle Differenzen, zum anderen perpetuieren wir natürlich alle unsere Biases und Vorurteile auch durch die Inhalte, die wir so hinterlassen. Eine sehr spannende Frage, inwiefern KI also überhaupt neutral sein kann und in anderen Worten ist sozusagen die Summe all dessen, was wir so denken, ist das neutral? Es sind spannende und sehr neue Fragen, da finden Sie keine Antworten, aber ganz gute Ansatzpunkte dazu in diesem Guide. Urheberrechtliche Themen sind natürlich auch eine Sache. Ich werde einen Link anschließend ins Moodle stellen, wenn Sie sich mit dem Thema näher befassen wollen. Gute Idee, schnelle Einführung. Es gibt dann mittlerweile auch sehr gute, umfassende Online-Vorlesungen, unter anderem von der University of Oxford, wenn jemand von Ihnen wirklich tiefer in dieses Thema eintauchen möchte. Und auch am Wissenschaftsblog Rudolf Fiener der Universität Wien gibt es immer wieder sehr spannende Beiträge, aktuell der letzte von 20. September, aus dem Bereich Computerlinguistik. Wie misst man die Qualität von ChatGPT? Aber damit zurück zu meinem Beispiel, was ich hier eingegeben habe, ist, welche Themen sollten 2023 in einer Social Media Vorlesung behandelt werden? Nutze die Bing-Suche, um aktuelle Trends mit aufzunehmen. ChatGPT findet, wir sollten uns über Influencer-Marketing unterhalten, Check, Social Commerce, dann könnte man sagen, dem Thema werden wir uns gemeinsam mit Advertising widmen, Check. Platform Trends, TikToks Global Dominance, mittlerweile ein wenig bedroht durch das gravierende Unwohlsein mehrer Länder, beziehungsweise durch die Vermutung, dass da wohl die chinesische Regierung recht intensiv mithören könnte. In Österreich ist die Nutzung von TikTok auf Regierungshandys verboten. Es gibt trotzdem etliche Politiker, die TikToks hochladen. Das macht man dann eben mit der österreichischen Lösung, die nehmen sich einfach ein zweites Privathandy. Sachen abhören vermutlich nicht die sauberste Lösung. Rise of Be Real, Be Real, ein Social Network, das immer populärer wird. Continued Relevance of Instagram Reels, definitiv ein Thema, oder eine Entwicklung, die wir auf Instagram im Verlauf der letzten Jahre beobachten konnten. Immer mehr Fokus weg von den klassischen Instagram-Beiträgen hin zu den Reels und Stories, Diversification of LinkedIn, aha, nicht mehr nur Jobsuchplattform, sondern ein wichtiges Netzwerk zur Positionierung, check, Interactive Engagement and Edutainment. Mixing education with entertainment is becoming a prevalent approach to hold audience attention. Ja klar, ich kann sie natürlich Kraft meiner institutionellen Macht oder beziehungsweise aufgrund der Tatsache, dass sie dann später die Prüfung absolvieren müssen, motivieren, sich die Vorlesung anzuhören. Sie müssen das nicht live machen, aber sie müssen sich mit dem Material auseinandersetzen. Wenn es sich nicht um eine Vorlesung, einen Kurs handelt, oder sie in irgendeiner Art und Weise eine Bestätigung darüber brauchen, oder eine Prüfung, dann obliegt es uns natürlich in jeder Sekunde zu entscheiden, und das machen unsere Social Media Plattformen wirklich einfach, möchte ich meine Zeit weiterhin mit diesem Video, mit diesem Artikel, mit diesem Beitrag verbringen, oder gehe ich lieber zum nächsten weiter. Man könnte auch sagen, Sie sehen auch einige sehr spannende Artikelformate, viele Medienhäuser experimentieren mit neuen, interaktiven Formen der Wissensvermittlung und Visualisierung, letztendlich würde ich sagen, müssen wir uns alle, ganz besonders, und natürlich mein Hauptbetätigungsfeld, im kommerziellen Bereich, dort wo es um Marketingkommunikation, um Werbung, um kommerzielle Social Media geht, sehr, sehr genau überlegen, wie wir Informationen inszenieren. Das ist jetzt auch kein neues Thema, wenn Sie an die Fernsehwerbung denken, ein typisches Beispiel, eine Autowerbung, egal, welche Marke Sie da hernehmen, die werden immer mit Werten wie Freiheit und Abenteuer, oder Zuverlässigkeit, oder was auch immer, aufgeladen, eine Autowerbung, die einfach nur die technischen Daten eines Fahrzeugs aufzählt, die würde fast niemanden hinterm Ofen hervorlocken, außer vielleicht mich, meine emotionale Beziehung zu Autos ist, glaube ich, noch weniger ausgeprägt, als die zu Fußball, aber wie auch immer, es geht darum, Produkte und Services mit Informationen zu verbinden, mit Emotionen zu verbinden, und da sind wir im Bereich Storytelling. Video Production Investment, immer mehr Unternehmen verwenden, mehr Ressourcen auf die Videoproduktion, klar, wenn Sie an Social Media Inhalte denken, ein Foto ist vergleichsweise schneller erstellt oder bearbeitet oder eine Infografik als ein Video, nichtsdestotrotz wie TikTok, die Instagram Reels und letztendlich auch YouTube und Content Trends auf Meta oder beziehungsweise auf Facebook und LinkedIn zeigen, ist Video zwar ein relativ aufwendiges, aber ein sehr attraktives Medium, wenn es um Community Building oder auch Vermittlung komplexer Informationen geht. Emerging and Re-Emerging Networks, Brands are anticipated to explore new or re-emerging social networks to connect with their audience. Klar gilt für alle Unternehmen und letztendlich auch für Privatpersonen, die ihr Publikum finden, möchten und gehört werden wollen, ich muss dorthin gehen, wo sich meine Zielgruppe aufhält. Wenn Sie über politische Themen sprechen, dann sind Sie mit Sicherheit auf Pinterest weniger gut aufgehoben als beispielsweise auf Twitter. Was wir gesehen haben in den letzten Jahren, Social Media Netzwerke differenzieren sich immer mehr nach thematischen und Nutzungsschwerpunkten. Creator Economy Growth, ein wichtiges Thema in Zusammenhang mit Influencer Marketing. Creator kann ja eine Nebentätigkeit sein, ist mittlerweile aber für eine nennenswerte Zahl von Personen ein Fulltime-Job. Auch dazu eine kleine Anekdote. Es gibt in Großbritannien ein Magazin, ähnlich wie Bravo oder andere Teenager Magaziner, das nennt sich Teen Boss, richtet sich an ein Publikum von 11 bis 14-Jährigen. und der inhaltliche Fokus dieses Magazins ist nicht Stars und Dr. Sommer und so weiter, sondern wie werde ich Influencer. Es war in den letzten fünf Jahren in Großbritannien das erfolgreichste Printmagazin. Influencer, Influencerin ist auch, ich weiß nicht, ob das 2023 noch so ist, 2022 war es in den meisten europäischen Ländern der Jobwunsch Nummer 1 von jungen Teenagern. Also nichts mehr mit Feuerwehrmann oder Astronaut. Diese Creator Economy ist natürlich etwas vollkommen Neues. Grundsätzlich hat jede und jeder die Möglichkeit, sich ein eigenes, wie sollte man das nennen, digitales Verlagshaus, seine eigenen Channels aufzubauen und davon auch zu leben. Employee Advocacy, das sind die angesprochenen Corporate Influencer-Programme, Sustainability Communication, How Brands Communicators Sustainability Efforts is Evolving. Wir erleben neben den starken technischen Umwälzungen derzeit natürlich auch eine Veränderung in der Wertehaltung. Ich bin immer sehr skeptisch, wenn es um diese Generation Y, Generation Z, diese Wertehaltung geht. Das geht meiner Erfahrung nach und ich habe mit Personen sehr unterschiedlicher Altersstufen zu tun, ist das eine äußerst individuelle Sache. Aber natürlich gibt es solche Megatrends, die sich schon beobachten lassen. Und ja, Jobsuchende oder Personen, die heute ins Jobleben eintreten, denen ist die oft angesprochene Work-Life-Balance beziehungsweise Purpose oder etwas Sinnvolles im beruflichen Umfeld zu tun, nicht für ein Unternehmen zu arbeiten, das seine Kräfte hauptsächlich dafür einsetzt, unsere Umwelt möglichst nachhaltig und effizient zu verschmutzen, das spielt alles eine größere Rolle. Und da müssen Unternehmen natürlich auch, um sich als attraktive Arbeitgeber zu präsentieren, über andere Aspekte als nur ihre Produkte sprechen. Mitte der 80er Jahre war für einen beträchtlichen Teil der Universitätsabsolventen eine Corporate-Karriere, also beginnen als Junior, möglichst bei einem internationalen Unternehmen und dann irgendwann aufsteigen, ein sehr erstrebenswertes Ziel. Das hat sich natürlich drastisch geändert und das wirkt sich klarerweise auch auf die Unternehmenskommunikation aus. Social Customer Care, Employing Social Platforms for Customer Care and Surprise and Delight Marketing is on the rise. Wir haben die Möglichkeit der individuellen Kommunikation. Unternehmen, die es also schaffen, ihre Marketing und auch ihre Service, Customer Relation Aktivitäten zu bündeln, sind klar im Vorteil. Legal Considerations. The intertwining of Social Media and Legal Considerations will become a strategic focus for brands. Natürlich, Social Media Kommunikation bietet ständig diverse Stolperfallen an, nicht zuletzt im Zusammenhang mit der DSGVO, aber auch mit Persönlichkeitsrechten, Urheberrecht, Copyright und so weiter. Und Nummer 12, Metaverse Brand Activations. Mark Zuckerberg hat ja vor zwei Jahren mit der Umbenennung von Facebook zu Meta sehr stark oder hat nicht nur, er setzt immer noch sehr stark auf Virtual Words, also Virtual Words, 3D-Umgebungen mit der passenden Hardware. Die neue Oculus ist jetzt gerade vor kurzem rausgekommen. Und man kann nicht umhin, als ich zu denke, das ist ein little piece of history repeating. Mark Zuckerberg hat glaube ich vor zwei, drei Jahren mal gesagt, er stellt sich das so vor in Zukunft, dass man nicht mehr gemeinsam zu einem Fußballspiel gehen wird, sondern mit der Oculus zu Hause sitzt, dass jeder zu Hause in seinem Zimmer und das Gefühl hat, als säße man nebeneinander im Stadion. Ich habe das damals recht stark bezweifelt, nicht nur aus dem Grund, weil ich weder virtuell noch analog jemals freiwillig in ein Fußballstadion gehen würde. Es hat sich auch gezeigt, dass das Interesse an diesem Meta-Universe sehr enden wollend ist. Es gibt einige Beispiele, aber ausschließlich im Gaming-Bereich, wo diese Hardware ganz gut ankommt. Es gibt Kinderkrankheiten, nach wie vor ein beträchtlicher Teil der Nutzer dieser Oculus-Hardware beklagt sich über starke, wie sagt man, Sehkrankheit, ähnliche Übelkeit nach 20 Minuten Tragen der Brille und so weiter. Aber in der kommerziellen Kommunikation, dass jetzt Unternehmen ihre Pressekonferenzen im Metaverse abhalten würden, da hat sich überhaupt nichts getan. Das ist eine ziemlich verwaiste Ruine. Und warum? A little piece of history repeating. Es gab ja schon vor 15 Jahren Second Life, ohne die 3D-Hardware, aber sozusagen die Idee einer 3D-Umgebung, so wie man es aus Computerspielen kennt, aber eben im Simulations-Business-Kontext. Die Betreiber der Plattform und etliche Agenturen brachten damals eine Menge Unternehmen dazu, virtuelle Stores zu bauen. Das kostet natürlich auch eine Menge Geld. Niemand interessiert sich mehr für Second Life. Das ist eine Entwicklungslinie, die sich bei digitalen Medien oder Social Media sehr stark durchzieht. Nur weil etwas technisch möglich oder umsetzbar ist, bedeutet das noch lange nicht, dass tatsächlich irgendein Interesse dran besteht. Vielleicht ist es Ihnen auch schon mal irgendwann einem Fachbuch begegnet. Bildtelefonie wäre technisch ohne weiteres umsetzbar gewesen seit den frühen 1970er Jahren. Nicht auf digitalem Weg, aber mit analogen Leitungen. Da gab es auch von mehreren Herstellern so Prototypen. Es hat sich aber nicht durchgesetzt. Warum? Weil der Großteil der Personen gerade die Nicht-Notwendigkeit, sich visuell präsentabel zu zeigen, am Telefonieren geschätzt hat. Das heißt, man spricht mit jemandem, aber der sieht einen nicht. Das ist ein besseres Szenario. Auch heute wird die Mehrheit der Telefonate ohne Bild geführt, weil man ja problemlos über WhatsApp oder alle möglichen Messager permanent mit Bild telefonieren könnte. Kommt natürlich vor, da wo es Sinn macht, da gibt es unterschiedliche Szenarien, aber nicht grundsätzlich. Und ein wenig erinnert mich Meta beziehungsweise dieses Metaversum auch daran. Vielleicht ist unser Bedürfnis, in virtuellen Welten mit seltsam aussehenden Brillen auf dem Kopf herumzustapfen, doch nicht so groß, wie ihr glaubt. Vielleicht wird auch nochmal ein Trend draus. Sie sehen jedenfalls ChatGPT und ich sind uns nicht so ganz uneinig, was die Inhalte betrifft. Alle diese angesprochenen Themen und noch einige mehr werden Ihnen im Lauf des Semesters begegnen. Kommen wir zum Thema Social Media History, Social Media Geschichte, die Entwicklung von Social Media Plattformen. Es ist relativ schwierig, einen klaren und genauen Entwicklungszeitpunkt zu benennen. Sie werden in der Literatur häufig sixdegrees.com Die Seite gibt es mittlerweile nicht mehr genannt finden, wenn es um die erste Social Media Seite geht. Der Name Six Degrees leitet sich ab von einer soziologischen Theorie, die im populärwissenschaftlichen Kontext auch immer wieder mal unter dem Namen The Kevin Bacon Game auftaucht, das hat sich vielleicht schon mal gehört. Angeblich kennt jeder von uns Kevin Bacon über fünf Ecken, also über fünf Personen. Und das ist jetzt gar nicht so Kevin Bacon spezifisch, sondern diese Six Degrees Theory bedeutet, dass das im Wesentlichen für alle Bewohnerinnen dieses Planetens gilt, dass man sich sozusagen über sechs Personen kennt, wenn man nicht gerade irgendwo auf einer sehr abgeschiedenen Insel als Einsiedlerin lebt. Daher leitet sich der Name Six Degrees ab. Die haben 1997 gelauncht und es gab tatsächlich eine ganze Reihe von sehr typischen Social Media Funktionalitäten. Sie haben sich dort registriert, ein Profil eingerichtet, es gab eine Liste von Connection, also Personen, mit denen man verbunden war und man konnte auch Nachrichten innerhalb des Netzwerks verschicken. Was Six Degrees allerdings nicht hatte, war ein klassischer News Feed, so wie man ihn heute von allen Social Media Plattformen kennt. 1997 war gerade mal ein Jahr, nachdem die österreichische Telekom in einer Pressemitteilung stolz bekannt gegeben hatte, dass mittlerweile 40 Prozent der Österreicherinnen Internetzugriff entweder zu Hause oder am Arbeitsplatz haben, also in einer relativ frühen Phase des World Wide Web. Nichtsdestotrotz gelang es der Seite immerhin eine Million Nutzer zu bekommen. Allerdings klappte es nicht mit der Skalierung und mit dem Wachstum über die interessierte Kernzielgruppe hinaus und Six Degrees stellte dann bereits 2000 den Betrieb wieder ein. Ob Six Degrees tatsächlich die erste Social Media Seite war, ist zumindest fragwürdig. Es gab nämlich schon Vorläufer. Grundsätzlich in der Erfindung des Internets spielten zwei Überlegungen eine sehr große Rolle. Vor dem damals sehr starken und mittlerweile leider wieder zunehmenden Eindruck einer atomaren Bedrohung wollte die US-Regierung eine Infrastruktur schaffen, die ohne zentralen Hub auskommt. Das damalige Telefonsystem beruhte darauf, dass man irgendwo eine Vermittlungszentrale hat. Da saßen früher noch die Damen und Herren vom Amt, die da manuell vermittelt haben. Später waren das dann automatisierte Infrastrukturen. Aber nichtsdestotrotz, wenn sie diese Weltzentrale oder Vermittlungszentrale zerstören, beispielsweise durch einen Atomschlag, dann fällt das gesamte Kommunikationssystem aus. Eine der Ideen in der Schaffung des Internets war es also, eine dezentrale Struktur zu schaffen, in der die einzelnen Netzwerkknoten miteinander verbunden sind und wo auch Ausfälle eines oder mehrer Knotens oder ganzer Teilsysteme den Rest des Systems weiter betriebsfähig halten sollten. Das ist sozusagen die Kriegserklärung, wenn man so will, angelehnt an Krieg ist der Vater aller Dinge. Es gab unabhängig von diesen Bestrebungen allerdings auch eine Forschergruppe, passenderweise auf Hawaii, die aus ganz anderen, nämlich wissenschaftlichen Motivationen und dem Wunsch, Bepers auszutauschen, ein sehr ähnliches System entwickelte. Diese frühen Vorläufer hießen APANET und es gab bereits, entwickelt von der Universität von Illinois, im Jahr 1970 das sogenannte PLATO-System. Das war allerdings nur innerhalb der akademischen Infrastrukturen zugänglich und auch das wies einige typische Charakteristika, eben Teilen von Informationen und Dokumenten mit den eigenen Kontakten auf. Das heißt, so ganz genau lässt sich dieser Entwicklungsweg wohl nicht skizzieren. Wenn wir es von der technischen Seite her betrachten, dann ist sicherlich ein ganz entscheidender Schritt mit der Erfindung des Internet oder die frühe Zeit des Internet, da war das Internet kein Synonym für World Wide Web, sondern es gab eine Reihe von verschiedenen Protokollen, zum einen IRC für Online-Chats, Newsgroups für Diskussionsforen. Das World Wide Web erlebte dann relativ spät seinen Aufschwung und Popularität und hat die anderen Services mehr oder weniger verdrängt. Natürlich könnte man mit derselben Berechtigung auch argumentieren, dass Newsgroups, die Vorläufer späterer Diskussionsforen, auch sehr viele Aspekte von Social Media aufweisen. Der nächste große Meilenstein in der geschichtlichen Entwicklung, den werden die meisten von Ihnen wahrscheinlich nicht aus eigener Erfahrung kennen, Hot or not? Am I hot or not? Gibt es mittlerweile nicht mehr. Die Seite lud ihre Nutzerinnen ein, Fotos hochzuladen und andere Besucher konnten diese Fotos dann auf einer hotten Skala, ich glaube, das war 1 bis 5, sozusagen bewerten und man sah dann eben, wie attraktiv oder hässlich man von anderen Nutzerinnen bewertet wurde. Das gilt auch als ja wohl das auslösende Momentum der mittlerweile viel diskutierten Beeinflussung, nicht gerade in erfreulicher Weise, des Körperbilds gerade junger Menschen durch Social Media Plattformen. Am I hot or not? hat sozusagen die Attraktivität, der man mittlerweile ganz gern mit Filtern nachhilft, auf sozusagen dieses simple Rating-System reduziert. Ein weiterer Grund, warum Am I hot or not? in der Entwicklung von Social Media durchaus interessant ist, liegt darin, dass angeblich, da gibt es mehrere Gerüchte aus dem Umfeld der Gründer, dass sowohl Facebook als auch das YouTube-Gründungsteam Fans dieser Seite und in ihrer Idee der Entwicklung der Plattformen durchaus davon beeinflusst waren. Weniger auf die optische Komponente und mehr auf das Freundschaftsnetwerk zählte Friends da ab, 2022 gelauncht, ursprünglich als Dating-Seite, also bei einer Dating-Seite ist natürlich naheliegend, ein Profil anzulegen und dort auf die Suche nach Gleichgesinnten zu gehen. Allerdings, 2003, bedingt durch mehrere Medienberichte, erlebte die Seite einen ziemlich großen Popularitätsansturm und mehr und mehr Nutzer begannen, die Friendster-Profile so als Social Media-Profile und eben nicht als Dating abzulaunchen. Allerdings wurden die von ihrem eigenen Erfolg, kann man durchaus sagen, überrascht und konnten den Traffic auch technisch nicht mehr handeln, wodurch die Seite kaum mehr zugänglich wurde und einen relativ frühen Niedergang erlebte. Der war dann wiederum die Motivation für MySpace, Tagline A Place for Friends, das 2003 gelauncht wurde und eigentlich so den großen Aufschwung der Social Media-Plattformen begünstigte. Von 2003 bis 2005 war MySpace eine der meistbesuchten Webseiten der Welt, hatte 25 Millionen Nutzer, Nutzerinnen, Zahl scheint heute, wenn man sich die aktuellen Zahlen von Facebook und so weiter anschaut, relativ bescheiden, sorgte aber für ordentlich Aufschwung oder für eine breite Wahrnehmung des Themas Social Media. Wenn man MySpace mit heutigen Social Media-Plattformen vergleicht, dann sehen Sie, egal ob das jetzt Twitter ist oder Facebook oder LinkedIn, da haben Sie recht wenig Gestaltungsfreiheiten auf Ihrem Profil. Sie befüllen die vorgegebenen Felder, Sie können gegebenenfalls ein Header-Bild und ein paar Multimedia-Elemente verwenden, aber die Struktur des Profils oder der Profile ist vorgegeben. MySpace hat technisch ganz anders funktioniert. Es gab zwar diese Freundschaftsverwaltung und Nachrichten und so weiter, aber das Profil war im Wesentlichen ein leerer HTML-Canvas und wenn ich mich richtig erinnere, konnte man da sogar einfache JavaScripts und CSS-Formatierungen und so weiter einfügen, was dann auch dazu geführt hat, recht schnell, dass jedes Profil völlig anders aussah, nicht nur farblich und von den Bildern, sondern auch von der Anordnung der Elemente in Sachen Usability nicht gerade toll, man musste wirklich überall suchen, wo ist jetzt der Message-Button und so weiter, aber sehr großer Appeal für die Nutzerinnen. So, ab 2005 begann dann der erstaunlich rasante Niedergang von MySpace, bis Rupert Murdoch die Plattform dann gekauft hat und relativ erfolglos versuchte, daraus eine Musik-Community zu machen, aber dann begann die Ära der großen Plattformen, die uns heute noch begleiten, nämlich LinkedIn, YouTube und zur gleichen Seite auch WordPress. WordPress ist ein Content-Management-System und keine Social-Media-Plattform, befeuerte aber durch den Blogging-Trend natürlich auch generell den Wunsch, eigene Informationen zu veröffentlichen. Facebook startete übrigens nicht als Facebook, sondern der ursprüngliche Name lautete 2003 FaceMesh, wurde dann 2004 geändert in The Facebook, im selben Jahr registrierte sich der millionste Besucher. In den ersten Jahren war Facebook nur an amerikanischen Ivy League Universitäten verfügbar und ursprünglich sozusagen als Studenten, Studentinnen Netzwerk geplant und hat dann später den Zugang für die allgemeine interessierte Öffentlichkeit geöffnet. Es lag auch daran, zum Teil, dass in der ersten Zeit, dass da quasi nur Akademiker oder so gut wie nur Akademiker auf der Plattform waren, da gab es, kann man sich heutzutage kaum mehr vorstellen, durchaus einen angeregten wissenschaftlichen Austausch, ausgerechnet auf Facebook. Später kam dann LinkedIn dazu, als die erste internationale Business Community mit Fokus auf Geschäftsthemen. Multimedia Services wie Fotopucket oder Flickr und gehört mittlerweile zu Yahoo zeigen, dass Social Media nicht nur aus Textpostings oder einzelnen Statusupdates bestehen kann, sondern, dass man eben dasselbe Prinzip auch für die Strukturierung, Upload und Aufbewahrung von Multimedia-Dateien nutzen kann und mit YouTube erweiterte sich sozusagen das Anwendungsfeld von Social Media auch auf Videodateien. Das erste Video, das auf YouTube jemals hochgeladen wurde, ist immer noch aufrufbar. Ich werde es Ihnen auch verlinken. Es ist übrigens ein Besuch des YouTube-Gründers im Zoo, in dem er einige Sekunden lang einen Elefanten filmt. ja, relativ trivialer und durchaus typischer Social Media Content, könnte man sagen. Später, ein Jahr später, 2006, kam Twitter dazu, ursprünglich ohne die Vokale geschrieben als Twitter mit Doppel-T, heißt ja mittlerweile bekanntlich Ex und hat einen neuen Eigentümer. Zum ursprünglichen Erfolg von Twitter muss man auf jeden Fall verstehen, dass die Plattform gerade in der Anfangszeit in den USA sehr attraktiv war, denn anders als in Europa waren in amerikanischen Mobilfunkverträgen im Normalfall keine SMS-Kontingente enthalten, SMS waren sogar vergleichsweise teuer. Mit der Twitter-Applikation am Smartphone gab es aber einen Gateway und man konnte im Wesentlichen kostenlos via Twitter SMS senden und empfangen. Hat in Europa nie eine so große Rolle gespielt, war aber am Anfang ein ganz starker Treiber für den Erfolg Twitters. Und es hat sich dann relativ schnell herauskristallisiert, dass diese am Anfang rein Text basierten, später kamen dann auch Multimedia dazu, dass diese Textdateien besonders ansprechend sind, wo es um typisch eigentlich journalistische Anwendungsfälle geht, aktuelle Trends, Politik und so weiter. auch daran hat sich relativ wenig geändert. 2006 markierte auch insofern einen Wendepunkt, als LinkedIn als erste Social Media Plattform schwarze Zahlen schrieb. In der Beginnzeit von Social Media war es ja noch mehr die Hoffnung auf irgendwann später einsetzende Werbeerlöse. Twitter ist nach wie vor nicht in der Gewinnzone. Aber das war auch so ein Punkt, wo dann das Geschäftsmodell ernst genommen wurde. Jetzt wo ich schon erwähnt habe, muss ich Ihnen ja fast jenes legendäre Komponente und das war das erste YouTube Video ever. In sehr kurz, wie Sie sehen. und erst bereits im Mai 2017 äh 2007 Entschuldigung startete YouTube sein Partnership Program. Die Grundlage für eigentlich die Influencer Economy könnte man sagen. Mittlerweile der größte, populärste und wohl auch bestverdienende Influencer auf YouTube MrBeast. Die Beginne waren da eher bescheiden. Später kam dann die Beteiligung an den Werbeeinnahmen dazu. In der darauffolgenden Jahr gelangte ein Format zu großer Popularität, das mittlerweile eigentlich kaum mehr Rolle spielt, das sogenannte Microblogging in erster Linie vertreten durch Tumblr, eine Plattform, die es sehr einfach machte, kurze Multimedia und Textschnipsel zu veröffentlichen. US-amerikanische Unternehmen sind ja relativ strikt oder sogar sehr strikt, was die Zensur bestimmter Four-Letter-Words betrifft. Im Fernsehen gibt es die sogenannte Watershed. Nach 21 Uhr sind bestimmte Wörter im TV-Programm erlaubt, die untertags nicht akzeptabel sind. Unter anderem gehört dazu auch das hinlänglich bekannte Fuck. Tumblr setzte diese relativ strenge Zensurpolitik nicht um und man konnte dort Microblogs eröffnen und betreiben, die Fuck im Namen hatten, was der Seite am Anfang so sehr viel Popularität in Amerika verhalf. Da ging es jetzt gar nicht um pornografische Inhalte, sondern es gab jede Menge Blogs wie Fuck here the 80s, irgendwelche Retoerinnerungen und so weiter. Hat sich dann aber ziemlich totgelaufen. Im selben Jahr betrat ein Element, das wir mittlerweile auf vielen Social Media Plattformen sehen, die Bühne, der Hashtag erfunden hat in Twitter. Dann war er auch sehr schnell auf Tumblr verfügbar. Mittlerweile auf so gut wie jeder Plattform einerseits eine Möglichkeit um Inhalte zu beschlagworten, zu strukturieren und zu gruppieren und dann auch über die Suche besser aufwendbar zu machen. Weniger bekannt bei uns, weil eigentlich nur in Asien wirklich populär dort dafür war Marktführer, ist Weibo, ein, könnte man sagen, Hybrid aus einem Twitter-artigen Chat und Facebook und mittlerweile auch E-Commerce-Funktionalitäten und Marktführer in China nach wie vor. Im selben Jahr brachte uns Foursquare, die erste Geolocation- geolocation-basierte Plattform den Charme des Geotaggings nahe. Es war eine Standalone-Plattform, später dann von Facebook sozusagen funktional integriert, mit der man mit dem Smartphone sich an bestimmte Orte einloggen konnte. Foursquare hat das Ganze auch gamifiziert, das heißt, bei jedem eingetragenen Ort gab es dann einen Meer, das war die Person, die sich in den letzten 30 Tagen am häufigsten dort eingeloggt hatte und da gab es auch ganz schön viel Konkurrenz. Spielt mittlerweile als eigenständige Plattform keine Rolle mehr, Geo-Indexation oder Geolocation-Services dagegen sehr. Instagram startete im Jahr 2010, auch schwer vorzustellen, gar nicht als Social-Media-Plattform, sondern ursprünglich tatsächlich als alternative Smartphone-Kamera im Retro-Stil eben Instant-Fotos daher auch der Name. Gelangte dann sehr schnell zur Popularität und der spätere Kauf von Facebook, also die Tatsache, dass Facebook dann später Instagram käuflich erwarb, war wohl eine der schlauesten Akquisitionen im Mark Zuckerbergs Portfolio. 2010 startete Pinterest, eine Plattform, die sich in erster Linie den Thema DIY und in den USA ganz groß Hochzeitsplanung widmete. Pinterest so etwas wie das Pendant zu einem Pin-Port, also einer Kork-Pin-Wand im virtuellen Raum, wo man einfach kurze Schnipseln und Anleitungen hochladen kann. Nach wie vor sehr, sehr beliebt, dort wo es um Inspiration gibt, aber in stagnierendem Wachstum. Nächste große neue Netzwerk, bevor dann TikTok die Bühne betrat, war Snapchat. Wohl die erste Social Media Plattform, die einen tatsächlich Mobile Only Focus hatte, zwar bei Instagram zu Beginn so, dann später nicht mehr und die von der Usability sich ganz klar an eine relativ junge Zielgruppe richtete und die auch einige sehr innovative Technologien pionierte, unter anderem die Lenses, Vorgänger, vieler späterer Filter, sowie Stories, die ja dann später von Instagram sehr erfolgreich kopiert wurden und auch die Idee, dass ich manche Inhalte auf Wunsch des Nutzers oder der Nutzerin eben automatisch nach 24 Stunden löschen. Angesichts all dieses steigenden Erfolgs der Social Media Plattformen wollte Google damals bereits Suchmaschinen, Weltmarktführer, ein eigenes Service launchen, das nannte sich Google Plus und konnte aber trotz intensiver Bewerbung nie so richtig aus den Startlöchern. Google Plus hatte zwar nominell sehr große Nutzerinnenzahlen, allerdings hat Google sozusagen einfach allen bestehenden Google Konten, YouTube Nutzern und so weiter ein Plus Konto verpasst, wurde aber nie eine ernsthafte Konkurrenz für die etablierten Netzwerke. 2011 startete dann das mit Twitch und dieser Plattform, der erste dedizierte Streaming Services, Zielgruppe in den ersten Jahren vor allem Game Streamer, mittlerweile gibt es aber auch Streaming Shows aus sehr vielen anderen Bereichen, Gaming ist aber nach wie vor der Hauptfokus. 2012 markiert zwei Meilensteine für Meta, was damals noch Facebook hieß, zum einen erreichen sie ihre erste Milliarde Nutzer und zum anderen kaufte Facebook, Instagram und da integrierte es auch immer enger in den Meta-Kosmos. 2014 findet man häufig zitiert als das Jahr des Selfies Ellen DeGeneres, die amerikanische Talkmasterin ist daran nicht ganz unschuldig, sie postete von der Oscar-Verleihung im Gleichnamigen Jahr einen Selfie, es gab damals diesen Namen noch nicht und auch nicht auf Instagram, sondern auf Twitter und zwar handelt es sich um diesen Selfie, Sie sehen da Ellen DeGeneres in der Mitte und auch typische Handhaltung, da stehen ein paar Personen um sie rum, ja sozusagen der Beginn eines Formats, das mittlerweile immer noch glaube ich eine sehr sehr große Rolle im Kanon der unterschiedlichen Social Media Bild und auch Video Formate stellt. 2015 begann dann Live Streaming so richtig abzuheben mit einigen dedizierten Services MehrCut und Periscope und wurde dann später auch in andere Plattformen integriert, Facebook, LinkedIn, YouTube und so weiter. 2016 kopierte Instagram die auf Snapchat sehr erfolgreichen Stories ziemlich dreist könnte man sagen und seitdem erleben wir auch immer mehr Fokus, immer mehr Verschiebung hin zu den Reels und den Stories. Mit den US-Wahlen im Jahr 2016 gab es die erste veritable Fake-News Krise rund um Social Media und es wurde erstmals klar, dass Trolle und gezielte Beeinflussung tatsächlich ein gravierendes Problem für unsere Demokratie darstellen können. Da gibt es mittlerweile sehr viele Bestrebungen dem entgegen zu wirken, aber es ist natürlich ein permanentes Kopf-an-Kopf-Reine. Das letzte große Netzwerk, das uns im Lauf der Vorlesung noch mehrmals begegnen wird, ist TikTok. Gehört dem chinesischen Unternehmen ByteDance und wurde im Jahr 2017, es war da in China schon eine Zeit lang verfügbar, international gelauncht. War es bei Twitter in der Beginnzeit in den USA vor allem die Anbindung an SMS-Gateways, die die Plattform für viele Nutzerinnen attraktiv machten, so konnte TikTok beziehungsweise Musical.ly bis früher hieß, mit einem erstaunlich umfangreichen Repertoire an frei verwendbarer professioneller Musikpunkten. Die hatten entsprechende Verwertungsverträge mit Labels abgeschlossen und gerade für Content-Produzenten, wenn jemand von ihnen selber Videos erstellt, werden sie auch wissen, es ist gar nicht so einfach oder eigentlich fast unbezahlbar professionelle Musik von Major-Labels zu verwenden. TikTok machte das zumindest innerhalb der Plattform relativ gut möglich und konnte damit auch sehr, sehr stark punkten. Die Konzentration auf Video oder beziehungsweise auch der Erfolg von TikTok, eigentlich das erste Social-Media-Netzwerk, das ausschließlich auf Video setzte, motivierte dann auch Instagram, LinkedIn und Facebook letztendlich dazu, Video-Formate stärker zu integrieren. Im Fall von Instagram glaube ich, kann man auch ohne Übertreibung sagen, dass die Labelshops und so weiter ein ganz starker Treiber für Social-Commerce waren. Nach 2017 gab es eigentlich keine großartigen drastischen neuen Plattformen. Zu nennen wäre allenfalls Clubhouse, ein relativ kurzzeitiger Star am Social-Media-Himmel Clubhouse übertrug die Idee von Video-Streams auf den Audio-Sektor. Eine dedizierte Applikation, mit der man Live-Audio-Veranstaltungen machen konnte, scheint ja auch irgendwie naheliegend, es gibt Podcasts und es gibt Videos auf YouTube und anderen Plattformen, dann haben wir den Erfolg der Live-Video-Formate, Live-Streams erlebt, also warum nicht auch etwas Ähnliches im Bereich Audio-Etablieren. War ein relativ kurzfristiger Hype und wird mittlerweile auch von anderen Plattformen angeboten, hat sich aber in erstaunlich kurzer Zeit zu einem Nischenthema entwickelt. Die letzte große Veränderung auf der Landkarte der großen Social-Media-Services bestand im bereits erwähnten Aufkauf von Elon Musk, der sich Twitter einverleibte und Wer einen relativ hohen Kaufpreis bisher eigentlich lediglich geschafft hat, dass die Werbeeinnahmen drastisch sinken und immer mehr Personen die Plattform verlassen. Relativ fraglich, wie es mit Twitter also weitergehen wird. Das ein kurzer geschichtlicher Abriss, wie gesagt, Jahreszahlen und dergleichen, werde ich sie selbstverständlich nicht prüfen und zum Abschluss für die heutige Vorlesung möchte ich Ihnen noch ein kurzes Video vorspielen und zwar geht es da um die most popular Social-Media-Plattforms beginnend im Jahr 1997 es geht bis 2023 und was Sie hier sehen sind nicht die registrierten Accounts sondern die sogenannten MAUs Monthly Active Users es gibt bei Social-Media-Plattformen auch darauf werden wir im Laufe des Semesters noch zurückkommen immer drei Parameter oder drei Kennzahlen zum einen die Zahl der registrierten Accounts wie viele Accounts sind registriert diese Zahl ist wenig aussagekräftig aus unterschiedlichen Gründen manchmal werden Accounts eine Zeit lang genutzt und liegen dann brach je nach Plattform gibt es auch einen mehr oder weniger großen Anteil an Bot-Accounts oder Personen die sich einfach sehr selten einloggen zweite Indikator sind eben die erwähnten MAUs das bedeutet jener Teil der existierenden Accounts die sich mindestens einmal im Monat beziehungsweise alle 30 Tage einloggen keine sehr intensive Form aber zumindest eine gewisse Grundaktivität der dritte Teil das werden dann jene Nutzerinnen die Plattformen aktiv nutzen in dem Sinn dass sie eigene Inhalte veröffentlichen dieser Bereich variiert extrem stark Eigeninhalte bedeutet ebenfalls in Analogie zu den MAUs einen Beitrag mindestens pro 30 Tage das sind bei Facebook ist das ein gutes Drittel weltweit bei TikTok beispielsweise nur 3% die Plattform mit dem geringsten Anteil was sie in dieser Grafik beziehungsweise in dieser Auflistung hier sehen sind die MAUs beginnend im Jahr 1997 Bolt war eigentlich ein mehr Forum als Community noch relativ wenig Social Media Classmates ein früher Vorläufer von Facebook 6 Degrees beginnt dann auf die 2 Millionen zuzusteuern Live Journal und Open Diary waren Blogging Systeme hatten aber ein paar Aspekte von Social Media mit integriert weil sie auch andere Blogs abonnieren konnten also sozusagen eine Art Freundschaftsverwaltung hatten Classmates zeigt bereits im Jahr 2000 dass sehr großes Potenzial dafür vorhanden ist sich mit den ehemaligen Klassen Kameradinnen auf Online Plattformen zu vernetzen nimmt dann 2001 sogar die Spitzenposition ein die große Trend Ära des Bloggings wovon auch Live Journal und The Globe sehr stark profitieren 6 Degrees ist da bereits wieder verschwunden Classmates steuert auf die 20 Millionen zu als Friendster im Jahr 2003 seinen Höhenflug beginnt in dieser Ära gab es tatsächlich noch große Unterschiede was kann man auf den einzelnen Plattformen tun mittlerweile können sie überall Fotos Videos und so weiter posten dann sieht man schon aus 2004 kommt deutlich mehr Bewegung rein qq ein asiatisches Netzwerk versammelt immer mehr Nutzer reddit auch eine seite die es heute noch gibt keine klassische social media seite sondern auch so eine art hybrid aus diskussions forum und social media seite wird immer populärer und auch 2023 wenn sie nach themen googlen die spezifisch genug sind da auch sehr häufig reddit beispiele auf tut sich relativ wenig das asiatische qq bleibt sehr lange an der weltweiten spitze was aktive Nutzer betrifft betrieben übrigens von tencent die später auch an der gründung von wivo beteiligt waren reddit ist auf platz zwei aber 2008 ist myspace stark im kommen wird aber dann bevor es reddit überholt von facebook überholt und sie sehen hier schon ab 2009 beginnt das rasante wachstum von facebook mehrere hundert millionen pro jahr und es wird in dieser zeit relativ schnell klar dass es eine sehr dominierende social media plattform gibt interessanterweise zwischen den qq nutzern und den facebook nutzern sehr wenig überschneidung qq in den ersten jahren ausschließlich verfügbar in china später dann im gesamten asiatischen raum 2011 innerhalb einiger jahre so gut wie alle anderen chat systeme ich vermute sie werden auch relativ selten irc chats skype oder so noch nutzen 2014 hat facebook bereits 1,4 milliarden einwohner und wäre damit der dritt oder zweitgrößte staat der erde und erreicht dann gerade nicht mehr im jahr 2015 aber mitte 2016 die zwei milliarden instagram steuert auf die milliarden nutzer zu und sie sehen hier in den top netzwerken tut sich nur mehr relativ wenig wir haben auf der einen seite die asiatischen platzhirsche wechat und qq das aber nur mehr vergleichsweise langsam wächst und vor fünf jahren facebook immer noch unangefochten auf nummer eins aber hier beginnt ein neues netzwerk tik tok seinen siegeszug anzutreten und überholt innerhalb von nicht einmal zwei jahren die zwei etabliertesten konkurrenten ausnahme von wechat das aber wie gesagt ein sehr breites grob umfasst und sowohl chat als auch social media als auch e-commerce funktionalitäten umfasst online banking und alles das ist wirklich eine universal app so wie elon musk das eigentlich für twitter angekündigt hat aber damit dürfte er nicht sehr viel erfolg haben dann haben wir snapchat ebenfalls eine halbe million nutzer in der skalierung sicherlich ein problem dass die oberfläche so anders und ungewohnt ist dass es relativ große einstiegshürden gab und snapchat hatte auch das pech wenn sie so wollen dass die interessantesten features die kernfeatures die story features nachdem dann klar war dass es definitiv ein format das für sehr viele social media nutzer spannend ist recht rasch gestohlen wurden und damit sind wir im jahr 2033 angelangt also sozusagen in der gegenwart blick in den chat leuer russ fragt waren live journal und icq auch wichtig es ist ich würde ich würde die beide nicht als klassische social media netzwerke bezeichnen auf der einen seite icq war eine zeitlang sehr populär könnte vielleicht sagen ein vorläufer von whatsapp es gab keine öffentlichen publishing funktionen in den letzten jahren hatte icq beispielsweise diesen status also diese status meldung die man eintragen konnte so wie sie es auch bei whatsapp tun also es gab schon einzelne elemente und live journal das war microsoft versuch eine große blog plattform zu etablieren normalerweise so ähnlich wie bei wordpress.com steht ja ein blog für sich allein aber live journal hatte eben auch eine art freundschaftsverwaltung beziehungsweise blogs denen man folgen konnte als wichtig für die für die entwicklung von social media würde ich die plattformen nicht unbedingt bezeichnen eher so als fußnoten ja dann sage ich dankeschön fürs live dabei sein in der ersten einheit die aufzeichnung folgt in kürze auf moodle und wir sehen uns nächste woche wieder an dieser stelle schönen donnerstag schönen freitag und ein angenehmes wochenende ciao